Hallo Leute und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal vom Apple Brandstore in Bielefeld. In den letzten Jahren hat Apple das geräteübergreifende Arbeiten stark verbessert und wir haben euch im ersten Teil der Tipps- und Tricks-Reihe zu diesem Thema bereits gezeigt, wie ihr euren Mac zum Beispiel als Airplay-Empfänger einrichten könnt und wie man universelle Steuerung nutzen kann. In diesem Video soll es nochmal um das Zusammenarbeiten zwischen iPad und Mac im Speziellen gehen. Das bedeutet, wir zeigen euch, was alles möglich ist mit der Funktion Sidecar und wie man zum Beispiel Integrationsskizzen und Integrationsmarkierungen machen kann. Also, viel Spaß beim neuen Video. Also, Sidecar ist im Prinzip die Möglichkeit, die Apple geschaffen hat, dass man sein iPad als zweiten Bildschirm für sein Mac nutzen kann. Das bedeutet, über diese Funktion Sidecar kann ich zum Beispiel meinen Mac-Bildschirm spiegeln. So kann ich zum Beispiel jemandem anders mein iPad in die Hand geben und wenn ich dann was am Mac mache, kann er genau sehen, was ich da gerade mache. Oder ich habe die Möglichkeit zum Beispiel den Mac-Bildschirm zu erweitern, sodass ich dann mit zwei Bildschirmen arbeiten kann. Das sind so die Grundfunktionen von Sidecar. Und welche Voraussetzungen wir brauchen für Sidecar, das möchte ich euch einmal hier dann jetzt zeigen. Das heißt, damit Sidecar funktioniert, braucht ihr einmal ein iPad, was iPadOS 13 oder Neuer unterstützt und ihr braucht ein Mac, das MacOS Catalina oder Neuer unterstützt. Und dann müsst ihr noch gucken, dass ihr ein passendes Modell habt. Das heißt, bei allen iPad Pro Modellen würde es zum Beispiel funktionieren, beim iPad der sechsten Generation oder Neuer, beim iPad Mini der fünften Generation oder Neuer und beim iPad Air der dritten Generation oder Neuer. Auf der Mac-Seite sieht es so aus, dass ihr mindestens ein MacBook Pro von 2.16 oder Neuer benötigt, ein MacBook von 2.16 oder Neuer, ein MacBook Air von 2.18 oder Neuer, ein iMac von 2.17 oder Neuer oder iMac Retina 5K 27 Zoll Ende 2.15. Mit dem iMac Pro würde es natürlich auch gehen, sowie mit dem Mac Mini von 2.18 oder Neuer, mit dem Mac Pro von 2.19 und mit dem Mac Studio. Wenn ihr jetzt sagt, ich weiß gar nicht genau, was für ein Gerät ich hier jetzt im Speziellen habe, dann möchte ich euch einmal zeigen, wo ihr das finden könnt. Das heißt, ihr könnt hier oben links auf diesen Apfel einmal gehen, auf dieses Apfelsymbol und dann einmal über diesen Mac klicken und dann habt ihr hier einmal euer Mac-Modell, zum Beispiel MacBook Pro 16 Zoll 2021 bei mir und hier unten steht euer Betriebssystem, macOS Ventura. Das wäre jetzt im Prinzip das Neueste, das heißt mit dem geht es auf jeden Fall und auch mit dem MacBook geht das natürlich. Das gleiche könnt ihr einmal für euer iPad dann im Prinzip machen. Beim iPad findet ihr diese Geschichten unter Einstellungen. Dann einmal auf Allgemein tippen und oben einmal auf Info und hier habt ihr einmal den Modellnamen, aber auch eure iPadOS-Version. Ich habe hier zum Beispiel iPadOS 16.3 installiert, das heißt auf jeden Fall iPadOS 13 oder Neuer und ich habe hier ein iPad Pro-Modell. Da alle iPad Pro-Modell unterstützt werden, ist das hier kein Problem. So, damit das jetzt mit Zeitkar auch wirklich funktioniert, gibt es auch noch so mal ein paar andere spezielle Voraussetzungen, die möchte ich euch jetzt hier gerade auch nochmal zeigen. Das heißt, einmal müsst ihr natürlich passende Systemanforderungen haben, da sind wir jetzt gerade schon drauf eingegangen. Und die weiteren Voraussetzungen, damit das halt gut funktioniert, sind einmal, auf beiden Geräten muss dieselbe Apple ID angemeldet sein. Außerdem muss die Apple ID die Zwei-Fakt-Authentifizierung verwenden und Zeitkar funktioniert leider nicht mit verwalteten Apple IDs. Zudem ist es notwendig, ein gutes WLAN zu haben. Also man muss halt Zeitkar, um Zeitkar im WLAN verwenden zu können, dürfen die Geräte auch nicht weiter als 10 Meter zum Beispiel voneinander entfernt sein. Außerdem muss Bluetooth, WLAN und Hand-Off aktiviert sein. Und wenn ihr ein iPad mit Cellular habt, darf das gerade diese Mobilfunkverbindung nicht teilen. Und weil ich zum Beispiel beim letzten Mal solche Probleme hatte, habe ich halt jetzt zum Beispiel Zeitkar über USB verwendet. Das heißt, einfach ein passendes USB-C oder auf USB-C bei mir Kabel oder USB-C auf Lightning Kabel anschließen. Dann habt ihr diese WLAN-Verbindungsprobleme auf jeden Fall nicht. Und das iPad wird auch gleichzeitig darüber aufgeladen, wenn man es länger verwendet, sowieso eine sinnvolle Geschichte. Dann schauen wir jetzt auch gerade nochmal einmal, dass wir diese Voraussetzungen erfüllen. Wo kann ich das nachgucken? Im Prinzip geht ihr wieder auf diesen Apfelsymbol. Dann geht ihr einmal auf Systemeinstellungen. Und hier oben könnt ihr sehen, mit welcher Apple ID ihr angemeldet seid. Also hier ist diese Apple ID. Und wenn wir es jetzt hier mal mit vergleichen, ist hier die gleiche Apple ID angemeldet. Also alles richtig. Und dann ist die zweite Voraussetzung noch, dass diese Funktion Hand-Off aktiviert ist, so wie Bluetooth und WLAN. Bluetooth und WLAN habe ich sowieso immer aktiv. Und diese Hand-Off-Funktion Hand-Off suchen zum Beispiel. Und dann findet ihr es auch hier, Airdrop und Hand-Off, ob man das hier erlaubt oder nicht. Die gleichen Optionen findet ihr beim iPad unter Allgemein. Und auch hier gibt es diesen Bereich Airplay und Hand-Off. Und hier habe ich auch Hand-Off aktiviert. Und damit funktioniert das dann. Keine Sorge, standardmäßig ist alles, was wir jetzt gerade überprüft haben, eigentlich sowieso immer aktiviert. Das heißt, im Normalfall müsst ihr da jetzt gar nichts groß rumsuchen. Nur wenn es mal nicht geht, dann wisst ihr jetzt, wo ihr nachschauen müsst. So, und wie aktiviere ich das Ganze dann jetzt nochmal, dass ich jetzt im Prinzip auf beiden diese Bildschirmfunktion habe? Dafür gehe ich einmal ins Kontrollzentrum. Also hier oben in der Menüleiste findet ihr dieses Zeichen und das ist das Kontrollzentrum. Und dann habt ihr hier diese Symbole mit den zwei Bildschirmen, die Bildschirmsynchronisierung. Ich habe mir zum Beispiel dieses Symbol auch oben in die Menüleiste direkt reingepackt. Das könnt ihr, indem ihr einfach hier drauf gedrückt haltet. Und dann könnt ihr das zum Beispiel hier oben in die Menüleiste packen. Das heißt, wenn ihr das häufig verwendet, dann habt ihr da immer einen schnellen Zugriff zu. Und dann klicken wir hier einfach drauf und sagen, das iPad, was hier in der Nähe ist, einmal spiegeln oder erweitern. Und das war es dann im Prinzip schon. Jetzt ist es schon aktiviert. Und ihr seht, auf meinem iPad ist was passiert. Im Prinzip wird jetzt mein iPad als zweiter Monitor schon direkt verwendet. Dann habt ihr hier noch so ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Bedeutet, ihr könnt, wie gesagt, das iPad einmal nutzen, um halt zum Beispiel mein internes Display einmal zu spiegeln. Ihr könnt das als separates Display verwenden. Das habe ich hier gemacht. Ihr habt die Möglichkeit, die Seitenleiste ein- oder auszublenden oder die Touchbar ein- und auszublenden. Die Seitenleiste ist im Prinzip hier dieser schwarze Balken. Wenn ihr die nicht braucht, könnt ihr die ausblenden. Habt ein bisschen mehr Bereich vom Display. Und die Touchbar ist im Prinzip hier unten bei mir. Und da gehen wir dann auch gleich nochmal genauer drauf ein, was diese zwei Funktionen bedeuten. So, und wie kriege ich jetzt dann am einfachsten zum Beispiel dieses Fenster auf mein iPad? Ihr könnt das natürlich, so wie ich es beim letzten Mal schon gezeigt habe, einfach manuell so rüberschieben. Aber eigentlich gibt es noch eine viel einfache Möglichkeit, indem ihr hier auf diesen grünen Punkt drückt. Dann habt ihr die Möglichkeit, das Fenster im Vollbild zu machen oder zum Beispiel auf die linke oder rechte Seite anzuordnen. Und hier unten taucht dann jetzt auch das iPad auf. Und wenn ihr da drauf klickt, dann ist es automatisch schon auf dem iPad-Bildschirm hier gewandert. Und dann könnt ihr das natürlich auch wieder rückgängig machen. Das heißt, mit der Maus zum Beispiel hier drauf und Fenster zurück auf den Mac bewegen. Das machen wir jetzt mal einmal. Und dann habt ihr es hier wieder auf dem Mac. Also das ist im Prinzip die einfachste Möglichkeit, um Fenster von einem Monitor zum anderen zu bewegen. Das funktioniert nicht nur hier mit dem iPad. Das geht allgemein, wenn ihr einen anderen Monitor angeschlossen habt. Könnt ihr hier einfach draufklicken und dann zum Beispiel auf einen anderen Monitor bewegen. Hier in diesem Fall das iPad. Also die Seitenleiste bietet im Prinzip so Schnellaktionen an. Und da möchten wir jetzt einmal kurz genauer drauf eingehen. Das heißt, wenn ihr ein Programm im Vollbildmodus habt, so wie Safari jetzt hier, könnt ihr dann zum Beispiel mit dieser Taste ganz einfach die Menüleiste ein- und ausblenden. Mit dieser Taste könnt ihr das Dock ein- und ausblenden. Und hier habt ihr dann noch so Tasten, die man vielleicht braucht, wenn man das doch mit Touch-Ein-Import machen will. Das heißt, ich habe zum Beispiel hier die Möglichkeit, eine Tastatur einzublenden. Und wenn ich dann so Tastenkombinationen benutzen möchte, wie zum Beispiel Befehlstaste C, dann kann ich hier einfach die Befehlstaste drücken und dann C. Oder halt zum Beispiel auch Umschalttaste C. Und all diese Kombinationen gehen dann. Außerdem habt ihr hier noch eine Zurück-Taste. Das heißt zum Beispiel bei Safari, wenn ich eine Seite wieder zurück will, kann ich einfach hier auf die Zurück-Seite-Taste drücken. Und ich habe hier die Möglichkeit, mein iPad vom Mac wieder zu trennen, wenn ich das möchte. Wie gesagt, wenn ihr jetzt hier interagieren wollt, könnt ihr entweder mit so Scroll-Gesten hier arbeiten. Das heißt, mit zwei Fingern könnt ihr zum Beispiel streichen, nach oben, nach unten. Mit drei Fingern kann man zusammenziehen und kopieren. Zum Ausschneiden muss man zweimal diese Geste machen. Einfügen ist drei Finger raus. Also so ähnlich wie beim iPadOS, wie man das halt auch kennt. Widerrufen und wiederholen kann man auch mit drei Fingern vor und zurück. Außerdem kann man zum Beispiel den Apple Pencil verwenden. Und zwar kann ich den Apple Pencil so verwenden, als Mausersatz, weil das ist ja auch alles sehr klein hier, muss man jetzt fairerweise sagen. Und deswegen ist es halt so, dass zum Beispiel diese kleinen Tabs und so, die würde man mit dem Finger gar nicht so gut treffen können. Und deswegen hat Apple das auch deaktiviert und sagt, entweder kann ich hier mit einem Apple Pencil arbeiten oder ich kann halt ganz normal meinen Mauszeiger hier verwenden, wenn ich zum Beispiel zwischen diesen Tabs hin und her wechseln will oder irgendwas anderes machen möchte. Dann ist es so, dass man natürlich den Apple Pencil auch verwenden kann, um zum Beispiel zu schreiben, zu skizzieren oder Dokumente zu markieren. Oder man kann zum Beispiel auch diese Doppeltipp-Geste, wie man sie auch kennt von anderen Programmen, wie zum Beispiel bei Notizen normal, kann ich auch jetzt hier zum Beispiel mit dem Apple Pencil dann verwenden. Vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen, hier unten diese Touchbar, die gibt es halt so gesehen dann immer noch. Das heißt, das gab es ja mal bei dem MacBook Pro von 2016, wo das eingeführt, dass sie hier oben statt dieser Funktionstaste eine Touchbar haben. Die gibt es jetzt bei dem MacBook Pro nicht mehr, die Touchbar. Aber wenn ich zum Beispiel ein iPad in Sidecar benutze, gibt es diese Funktionalität immer noch. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Das heißt, hier habe ich dann auch zum Beispiel die ganzen Tabs offen. Und dann ist das hier auch wirklich so schön groß gemacht, dass man da super mit dem Finger hin und her wechseln kann. Und das funktioniert halt zum Beispiel auch mit verschiedensten Programmen. Das heißt, wir können ja zum Beispiel jetzt mal hier an der Seitenleiste das Dock hier auch wieder öffnen und dann zum Beispiel hier Fotos öffnen. Und dann seht ihr, dass sich hier unten zum Beispiel die Touchbar für diese Fotogeschichte einmal angepasst hat. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel wieder in der Mediathek gehen, hier ein Foto auswählen und kann zum Beispiel hier über die Touchbar auch die Fotos hin und her scrollen ganz schnell, was natürlich sehr cool ist. Und ich kann zum Beispiel auch bestimmte Bearbeitung hier vornehmen, wenn ich möchte. Das heißt, ich kann zum Beispiel hier die Enter-Taste drücken und dann hier diverse Bearbeitungsgeschichten machen, wie zum Beispiel automatische Verbesserungen, Licht, Farbe, Schwarz-Weiß. All solche Geschichten kann ich dann über die Touchbar zum Beispiel hier unten machen. Wenn ich dann fertig bin, kann ich das dann auch wieder beenden und kann dann zum Beispiel auch das Programm hier wieder beenden. Was auch recht cool ist, ist, dass diese Funktion Sidecar beim iPad so läuft, als wenn das eine App wäre. Bedeutet, wenn ich jetzt mal schnell was nachgucken will auf dem iPad und diese Verbindung auch nicht verlieren möchte, kann ich einfach nach oben wischen und habe dann mein ganz normales iPad hier. Und hier unten habe ich dieses Symbol für Integrationsfunktionen, Sidecar im Prinzip. Das heißt, ich könnte jetzt hier schnell in Einstellungen gehen und wenn ich dann mit Sidecar weitermachen will, kann ich hier oben einfach nach oben wischen und dann hier wieder mit Sidecar weiter direkt arbeiten. Genau, dann möchte ich euch jetzt nochmal ein praktisches Beispiel zeigen, wie man das dann jetzt tatsächlich verwenden kann. Das heißt, ich habe es zum Beispiel so verwendet, dass ich, wenn ich jetzt was recherchieren wollte, habe ich mir einfach auf diesen Hauptbildschirm ein Dokument gelegt und dann hatte ich hier einfach den zweiten Monitor da, um hier Sachen zu recherchieren im Internet. Und das ist natürlich schon recht praktisch. Das heißt, ich kann dann hier zum Beispiel die Sachen einfach ganz normal rauskopieren, kann dann zum Beispiel auch mit diesen Tab-Gesten dann direkt in Pages das dann auch einfügen, wenn ich möchte. Und so habe ich dann einfach mehr Bildschirmfläche, um halt mit mehreren Programmen hin und her zu arbeiten. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel auch hier dann sagen, das, was ich da gerade kopiert habe, einfach hier einfügen und dann hier zum Beispiel weiterarbeiten. Eine andere praktische Geschichte ist, ich kann dann natürlich auch mit bestimmten Apps nochmal besser arbeiten. Das heißt, ich kann zum Beispiel dann dort besser den Apple Pencil nochmal nutzen. Das heißt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel Guten und es einmal öffnen, habt ihr dann die Möglichkeit, auch hier wieder über diesen grünen Bereich zum Beispiel auf das iPad bewegen zu sagen. Und dann könnt ihr jetzt hier direkt loslegen und mit dem Stift zum Beispiel schreiben, ohne dass das irgendwie ein Problem macht. Genau. Das heißt, so kann man dann zum Beispiel mit GoodNotes arbeiten und gleichzeitig hier noch seinen Laptop aufhaben. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit oder ein anderes Programm, wo das natürlich auch sehr praktisch ist. Wäre hier zum Beispiel Pixelmator. Und dann könnt ihr hier auch wieder auf dieses grüne gehen, auf das iPad hier einmal und dann zum Beispiel hier verschiedene Stifte oder sowas auswählen und dann hier interagieren und schreiben. Und so könnt ihr dann in Pixelmator mit dem Apple Pencil am Mac so direkt arbeiten zum Beispiel. Genau. Dann kommen wir aber noch zu einer anderen spannenden Geschichte und zwar zu der Integrationsskizze und Integration Markierung. Und ich finde, da macht es dann nochmal mehr Spaß und funktioniert halt auch sogar noch besser. Hier gucken wir uns auch einmal erstmal an, welche Voraussetzungen wir dafür brauchen. Integrationsskizze und Integrationsmarkierung funktionieren mit allen iOS 13 oder neuer Softwareprodukten. Integrationsskizze und Integrationsmarkierung funktioniert sogar mit iPhone, iPad und Mac so gesehen. Bedeutet, beim iPhone müsst ihr das Betriebssystem iOS 13 mindestens haben. Beim iPad muss es iPadOS heißen und beim Mac, macOS Catalina oder neuer. Die iPhones, die unterstützt sind, sind die iPhone 6s oder neuer, einschließlich iPhone SE und iPod Touch siebte Generation oder neuer. Also sehr, sehr viele iPhones. Beim iPad ist es so, dass alle iPad Pro Modelle, das iPad der fünften Generation oder neuer, iPad Air 2 oder neuer, iPad Mini 4 oder neuer unterstützt werden. und dann haben wir hier noch bei den Macs, MacBook von 2015 oder neuer, MacBook Air von 2012 oder neuer, MacBook Pro von 2012 oder neuer, Mac Mini von 2012 oder neuer, iMac von 2012 oder neuer, iMac Pro, Mac Pro von 2013 oder neuer und Mac Studio. Ihr seht, bei dieser Funktion ist es anders als bei Sidecar, dass noch mehr Geräte sogar unterstützt werden. Mit dieser Integrationsskizze und Integrationsmarkierung habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr am Mac seid, zum Beispiel euer iPhone oder iPad Touch Display zu nutzen, um da schnell mal was zu markieren oder eine Skizze zum Beispiel zu machen, so wie es halt auch heißt. Wie funktioniert das jetzt ganz genau? Damit das funktioniert, habt ihr eigentlich ähnliche Voraussetzungen auch nochmal wie bei der Sidecar. Das heißt, wenn Sidecar geht, geht auch das. Ihr müsst halt beide WLAN und Bluetooth anhaben bei beiden Geräten. Ihr müsst bei beiden die gleiche Apple-ID haben mit Zwei-Faktor-Authentifizierung und Systemvoraussetzungen erfüllen, die wir uns gerade angeguckt haben. Die Funktionen können mit allen Apple- oder Drittanbieter-Apps verwendet werden und zum Beispiel unterstützt das einschließlich Pages, Numbers, Keynote, Mail, Messages, Notes und TextEdit. Und wie das jetzt ganz genau funktioniert, zeigen wir euch jetzt hier mal. Also für die Funktionalität Integrationsskizze verwenden, könnt ihr dann die bestimmten Programme die Apple unterstützt, dann öffnen, also zum Beispiel Pages, Notizen, Numbers. Wir machen es jetzt hier mal bei Notizen und dann könnt ihr hier mit Doppelklick vom iPhone oder iPad einfügen sagen und dann seht ihr schon, dass ihr zum Beispiel Dokumentscan, Zeichnung hinzufügen oder Foto aufnehmen könnt. Und jetzt wählt ihr hier einfach das iPad aus und sagt Zeichnung hinzufügen und zack, wird das iPad im Prinzip dann hier einmal zum Zeichentablet und dann macht es natürlich meistens mehr Sinn, dass man das iPad dann einmal hinlegt. Das machen wir jetzt mal. Genau, und dann habt ihr wirklich wie so ein Zeichenbrett hier einfach Möglichkeit, hier was zu zeichnen und das kommt dann sofort auf euren Rechner. Genau, und wenn ihr fertig seid, dann beim iPad im Prinzip, beim iPad hier oben einmal auf Fertig klicken und schon ist das, was ich hier gezeichnet habe, direkt da. Das wäre im Prinzip diese Integrationsskizze und das funktioniert, wie gesagt, bei verschiedensten Programmen. Also wir haben zum Beispiel das Programm Messages, Numbers, Keynote, Mail, Messages, Notizen und TextEdit. Ich zeige das jetzt vielleicht gerade nochmal in TextEdit. Dann könnt ihr einfach hier ein neues TextEdit aufmachen, dann hier wieder sagen, vom iPhone oder iPad einfügen und zum Beispiel hier wieder Zeichnung hinzufügen sagen und dann geht es auch schon direkt los und wenn ihr wieder fertig seid, hier oben einmal auf Fertig drücken und dann habt ihr die Zeichnung direkt hier drin. So würde das gehen. Es geht zum Beispiel aber auch hier direkt auf den Schreibtisch, das heißt auch hier könnt ihr sagen, zum Beispiel eine Zeichnung hinzufügen dann öffnet sich wieder hier direkt das iPad und wenn ihr fertig seid, hier oben einfach auf Fertig klicken und dann hättet ihr jetzt die Zeichnung zum Beispiel hier so direkt. Zusätzlich zu dieser Funktion gibt es auch noch Integrationsmarkierung, nennt sich das. Könnt ihr halt auch zum Beispiel in fertigen Dokumenten das einfach benutzen und öffnen. Das zeige ich euch jetzt auch gerade nochmal schnell. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel hier so ein fertiges PDF-Dokument habt, könnt ihr dann einfach die Leertaste drücken. Dann habt ihr hier oben dieses Markierungszeichen. Das ist noch ein bisschen größer. Das heißt, hier oben sind die Markierungen und dann taucht hier oben die Möglichkeit auf auf iOS-Gerät anmerken. Ich zeige es vielleicht nochmal. Da oben dann auf iOS-Gerät anmerken. Dann könnt ihr iPhone oder iPad zum Beispiel auswählen. Ich sage hier mal einmal iPad und dann haben wir im Prinzip das, was ich hier auf dem Bildschirm sehe, auch hier einmal und kann direkt loslegen mit meinen Markierungen hier. Und da seht ihr, dass das sogar direkt dann einfach da ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwas unterstreiche oder so, dann taucht das direkt live im Prinzip im Dokument auf. Und wenn ich fertig bin, kann ich entweder hier oben auf fertig klicken oder auch hier wieder beim iPad einmal auf fertig und dann habe ich das schon hier direkt markiert. Das gleiche geht zum Beispiel auch mit Bildern. Das heißt, bei Bilder auch wieder einmal die Leertaste einfach drücken. Dann hier oben wieder auf dieses Stift-Symbol und dann habt ihr hier nochmal das Symbol, wenn es entweder schon ausgewählt ist oder noch nicht, auf iOS-Gerät anmerken und dann zum Beispiel das iPad auswählen. Und dann erscheint das auch wieder direkt live dort oben. Und wenn ihr fertig seid, wieder beim iPad hier einfach auf fertig drücken und nochmal auf fertig und dann habt ihr das Dokument hier mit eurem iPad direkt markiert. So, das soll es auch mit dem zweiten Teil der Tipps- und Tricks-Videos zum Thema geräteübergreifendes Arbeiten gewesen sein. Ich würde mich über ein kurzes Feedback in den Kommentaren natürlich freuen und wenn ihr weitere Videos sehen möchtet, gerne unseren Kanal abonnieren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.